Ah, der Audi. So, so gleich das Auto, mir geht gleich runter. Tja, Junge, wenn du keinen Blinker setzt, wie soll einer wissen, dass du eine linke Spur willst, so gibt's bald. Scherzkeks. Ein paar Schlau, mal erst da. Und sind wir da hinten eh schon wieder. Na, das machen wir nicht. Bis jetzt Stoff geben können, aber warum? Ich hab' nen Sick. 24, mit dem bin ich auch früher vom Geriatriezentrum gefahren. Da ist ihm noch was gekommen, da macht er. In der Buchhaltung. Als Controller. Na, echt klasse. 100 Euro haben sie mir geschenkt. Na, ich sagen, waren echt liebe Leute. Die gehen auch gut, es sind Menschen, nur muss ja jene das auch auspacken. Mal gucken, dass wir die rechte Spur kommen. Da gibt's Stoff da hinter mir. Lass mal. Lass mal den überholen. Hier, Opa kennen. VW, nie wieder, doch. Nur VW Käfer gehabt. Geschenkt bekommen sogar. Lass da. Die Fleur da, die war im Eimer. Ich sag's dir, fahr den Gürtel lang und du lass dich schäckig. Was ist mit dem LKW da mit dem? Was ist das für eine Quarter, dingens? Quillenberger. Kenne ich nicht, was will der? A, Päitszale, am fronten, schützbube. Die haben die alle Licht an. Das ist ein Dach, hey? Zinsen-Gasse, ja, ja. Das ist der Zinsen, Mann. Das ist vor der... Das ist vor der... Guck dir das uns einer an, da. Da ist die Pfade heiß, ey. Nachdeck aber jetzt nicht vor mir. Um die Uhrzeit schon Stau? Na, gute Nacht. Das ist gar gut in der Waschmaschine. Das ist ja nicht aber auch Kohldampf, ey. Toll. Jemand wird in der Sinsen-Gasse reingeworkt. Shit. So ist das eine Jägerstraße. Wir sind wie eine Ampel. Komm, zieh schon an, du Golfi. Rolfi. Rolfi. Osnabrück. Ich stehe richtig. Die zwei und die zwei. Ich stehe falsch, weil jetzt kommt keiner mehr durch. Wenn einer da rein will. Ein BMW. Das heißt, ich würde sagen, A21-D Kombi. Steht zwar nicht drückt, aber... Ne, früher auch haben wir ein BMW. Nur die Kiste hatte ich. Und das gab noch ein halben Jahr Verletzungsverlust. Mitten auf der Autobahn. Und auf einmal langsamer. Wahrscheinlich auch der Turbolader im Eimer gewesen. Was ist das denn für eine Bahn? Wahrgeld oder was? Wahrer Münze. Münzen. Ein BMW der Verwaltschaft. Zweimal gutes Klima. Naja. Forstet mal auf, liebe Leute. Liebe Politiker. Das war sowieso der letzten Hänger. Nicht wahr? Ah, das Nadelöhr. Ist nicht wahr. Naja. Eigentlich müsste ich hier stumm blieben. Naja. Hier muss ich stumm blieben. Da sind sie wieder. Da muss irgendwas passiert sein. Da kommt nämlich einer. Da ist mir aber egal, ob da was passiert ist. Oder es geht mir nicht. Ich wollte den Schmutz an. Das ist immer nett. Da ist wahrscheinlich wieder einer nicht aufgepasst, ne? Da war zu schnell. Da war zu eilig. Da bremst einer abrupt. Und schon knallt der Hintermann druck, ne? Da kann auch einer sein. Bremse mal ölen. Quietsch, quietsch. Ach so, da ist die Bahn. Die Bahn ist da. Wo sechs? Sechs? Sechs in der Wüste. In der Küte. Das in der Wüste. In der Wüste. In der Wüste. Aber ohne die Pariser. In der Wüste. 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 4 3 wo sie und in gewinke Was hat die denn für lafierte Nägel? Ja. Wieder nicht. Lass mir sagen, warum der bremst. Zehn Meter Abstand, der Bursche. Jetzt bin ich noch. Ich glaub, die Bremse geht. Quatsch nicht mit deinem Dackel, sondern guck auf die Straße. Jekketön. Die Dunelinsel kann sich mit deinem Dackel unterhalten.